Hallo, mein Name ist Dr. Kostja Steiner und ich möchte euch heute die weiteren Inhalte unserer Airway Box für den unerwarteten Shearing Atemweg näher vorstellen. Für die Intubations-Larynx-Maske haben wir uns entschieden, weil es nicht nur ein superglottisches Airway-Device ist, das aus unserer Erfahrung sehr schnell und gut dicht zu bekommen ist, sondern eine Besonderheit aufweist, die es von anderen Larynx-Masken unterscheidet. Nämlich diese kleine Klappe hier. Diese Klappe sorgt dafür, dass, wenn durch diese Larynx-Maske ein Tubus eingeführt wird, mit der Klappe die Epiglottis aus dem Weg gedrückt wird und der Tubus so direkt zwischen den Stimmbändern eingeführt werden kann. Wenn ihr nun über das superglottische Airway-Device geatmen könnt und keine Lentilette, keine Interpretz-Induktion somit behoben ist, kann, wenn gewollt, eine definitive Atemweg-Sicherung über diese Larynx-Maske durchgeführt werden. Hierzu wird dabei gepackter Spezial-Tubus verwendet, der eine spezielle Spitze hat, die es ermöglicht, den Tubus direkt über die Larynx-Maske zwischen den Stimmbändern zu platzieren. Des Weiteren ist noch ein Connector beigepackt und dieser Tubus wird einfach durch die Larynx-Maske eingeführt, kann dann geklopft werden, mit dem Connector versehen werden und sollte dann automatisch zwischen den Stimmbändern gelandet sein. Und ihr seht, hier ist eine suffiziente Ventilation beider Lungen möglich. Die Intubation ist blind, über dieses Device erfolgt und wenn die Lage hiermit verifiziert ist, kann die Larynx-Maske an und für sich entfernt werden. Hierzu kommt dieser spezielle Planche zum Einsatz, die hier oben platziert wird und jetzt den Tubus quasi in place hält, wenn die Larynx-Maske entfernt wird. Die Larynx-Maske wird dazu entblockt, der Planche wird eingesetzt und nun kann vorsichtig die Larynx-Maske entfernt werden, während dem der Tubus unter Sicht seine Lage beibehält. Dann könnt ihr den Tubus greifen, die Larynx-Maske entfernen, der Planche muss nun entfernt werden, damit der Katz-Druckschlauch durch die Larynx-Maske durchpasst, der Connector wird wieder konnektiert und der Patient wurde nun kontinuiert und der Atemweg ist definitiv gesichert. Das ist der zweite unserer Schritte hier in dieser Airway-Box. Nach dem zweiten Intubations-Support und dem Airtrack kommt also hier diese Intubations-Larynx-Maske zum Einsatz und wir hoffen, dass wir nie zu Schritt 3 kommen müssen, was Schritt 3 mit dem chirurgischen Atemweg genau auf sich hat, zeigen wir euch im nächsten Video. Herzlichen Dank!